So, ja, kommt wieder nix. War nix. Oh, aber was ist über die Brücke anscheinend hier? Was ein Sound, da ist das ja mega. Boah, ist das ein geiler Sound. Unglaublich. Mal gucken, wer da kommt. Da sehe ich schon die Schwanzblase und da sieht man sie auch schon. Gut, er fokussiert jetzt den Sound. Lufthansa Cargo kann das sein? Sieht so aus, oder? Nee, DHL. Mit einem A300 kommen die hierher. Oh, wie geil. War sein Sound. Einfach nur unglaublich. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht auf die Winken. Er hat mal nicht gesehen. Sehr schön. Da haben wir noch ein A300 drauf. Das ist ja cool. Und was ein Sound gerade beim Anfahren. Das war ja mega. Anrollen heißt es anfahren? Ich weiß es echt nicht. Ich will nix Falsches sagen. Ja, sehr cool, dass wir noch so Richtung Ende noch einen Brückenkandidaten haben. Das ist ja mega. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.